Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Wenn ihr das an Tütingen und den Hardware-Check gesehen habt, dann habt ihr gesehen, ich habe diese Creme-Kaffeeteile und sogenannte Apfelringe euch präsentiert, angeboxt. Hardware haben wir uns auch schon angeguckt und jetzt werden wir mal Hardware-Check machen, habe ich mir gedacht und werden mal gucken, ob das auch so ist, wie es auf dieser Verpackung steht. Ich fange mit diesen Apfelringen an, wie sagt, oben grün, unten weiß mit diesem Pulver und sie riechen definitiv nach Apfel, auch wenn ich hier an der Packung rieche, es riecht nach Apfel. Ich werde sie jetzt mal kosten. Oh, so leicht säuerlich sind sie schon mal. Das wird diese weiße Pulver sein. Oh, ein bisschen mehr säuerlich. Aber gut. Einen leichten Apfelschmack habe ich momentan. Die Konsistenz ist halt sehr, seht ihr ja, es ist gummiartig. Kann man den, man hat aber natürlich auch gleich diese weiße Pulver an den Fingern und man klebt etwas. Jetzt kommt der Apfelschmack. Ich habe aber immer noch diese Säure. Davon stand hier zwar eine Strophe, es stand nur Apfelringe, aber so ein grüner Apfel ist ja auch so ein bisschen säuerlich. Aber Gummi, sehr gummimäßig. Aber erfüllt das, was das soll. Also ich habe definitiv, mir sagt Apfelringe, ich habe definitiv diesen Apfelgeschmack. Ich habe dieses Säuerliche. Dieses Säuerliche kommt am Anfang natürlich brachial raus, wenn man es im Mund nimmt. Ist erstmal alles pur sauer. Mit einem leichten Apfelgeschmack, der sich dann immer weiter rauskristallisiert. Wer dieses Säuerliche jetzt nicht so mag, für den ist es bestimmt nichts. Ich mag das. Und dann kommt der Apfelgeschmack immer kräftiger und kräftiger. Und das Säuerliche wird etwas milder. Und dann haben wir irgendwann eine vernünftige Mischung zwischen Sauer- und Apfelgeschmack. Finde ich sehr gut. Vor allen Dingen am Anfang mit diesem Sauren. Ja, kann ich echt nur empfehlen. Ist ein klasse Produkt. Dieses ist jetzt hier von Kaufland. Ich habe es auch schon bei anderen gesehen, wie dort die Preise und die Mengen sind, weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird sich leicht variieren. Das ist eine 400 Gramm Verpackung. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt mal diese Kaffee. Wie nennen die sich? Creme Sarnige Kaffee Bonbons. Creme Sarnige. Creme Sarnige. Siehst du, ich habe die ganze Zeit nur ohne Ehe gelesen. Creme Sarnige Kaffee Bonbons. Das sind diese hier. Die hatte ich schon zwei ausgepackt. Um uns mal die Hardware anzugucken. Wir gucken sie uns nochmal an. Es klebt jetzt leicht schon. Von der Verpackung rausnehmen, habe ich hier schon voll das Kleberige. Also da ist dann vielleicht dann, wo ich dann bemängelt hatte, dass wegen der Umweltverschmutzung, dass es in so einer einzelnen Tüte nochmal verpackt ist. In dieser großen Tüte. Da macht das dann natürlich definitiv Sinn, wenn das nochmal so. Weil so wie die kleben, auf jeden Fall. Jetzt werden wir mal gucken. Ich schmecke schon mal Kaffee. Creme schmecke ich nicht. Schmeckt Kaffee. Vielleicht ein Hauch Sahne. Klein Hauch. Aber der überwiegende Geschmack ist Kaffee. Jetzt wird er ein bisschen... Nicht bitter, sondern ein bisschen komisch. Es ist schon... Warte mal, Certo kommt schon etwa hin. Aber diese Sahnige weiß ich nicht. Ich schmecke jetzt nur diesen Kaffee raus. Irgendwas ist da noch mit drin, was ich jetzt nicht zuordnen kann. Aber sie sind trotzdem sehr lecker. Schmeckt jetzt natürlich nicht wie so ein Latte Macciato aus dem Kühlregal. Also diese kleinen Becher. Aber trotzdem macht es einen schönen Kaffee-Geschmack. Ich habe definitiv einen Kaffee-Geschmack im Mund. Dieses, was sahnig sein soll, hat so einen leicht bitteren Geschmack. Nicht toll, aber leicht. Aber ich denke mal, das liegt eher daran, dass man diesen sahnigen Geschmack in einem Bonbon nicht hundertprozentig so treffen kann. Würde ich jetzt vermuten. Aber so an sich. Definitiv Kaffee. Man hat sehr lange was davon. Nicht so jetzt wie bei den Apfelringen. Die habe ich dir ja lutscht und die kaut. Dann waren die weg. Das ist ein Bonbon, den kann ich jetzt nicht kauen. Der ist noch zu dick. Und noch noch ziemlich dick. Also viel. Ich will jetzt euch das nicht zeigen. Ich will jetzt nicht meine Zunge rausstrecken. Und da hat man definitiv bald länger von. als von diesen Apfelringen. Da macht sich die Größe denn wieder wett, würde ich sagen. Weil die Apfelringe, die haben jetzt hier 400 Gramm. Hier sind ganz viele drin. Die hat man aber auch schnell weggekaut. Weil die Konsistenz sehr, dieses Gummiartige sehr weich ist. sind 400 Gramm natürlich dementsprechend schnell weg. Hier bei 110 Gramm. Ja, das sind 100, sieht man nicht, 110 Gramm. Und ihr seht, wie lange ich jetzt schon dran lutsche. Durch die Größe dieser einzelnen Bonbons, die da drin sind. Durch dieses harte, ist es Klingel, Klingel. Hat man sehr lange was davon. Man kann sie sehr lange lutschen. Da macht sich das mit der Größe, würde ich sagen, wieder wett. Definitiv. Ist auch sehr lecker, wie gesagt. Tut mir leid, wenn ich euch hier so ein bisschen auf die Folter spann und so. Aber ist ja noch nicht fertig. Ich will jetzt hier auch nicht, ich versuche gerade so lange zu machen, bis ich den durchbeißen kann. Um das Video noch vernünftig zu beenden. Wenn ich beendecke, jetzt einfach mal so. Ich hoffe ja immer noch, dass da was kommt. Also zuckerfrei stimmt definitiv. Ich mag keinen Zucker. Ich schmecke nur Kaffee. Aber diese sahnige. Ich denke mal, diese Bohnen, die schmeckt man wirklich, also das ist schon richtig, dass die drauf sind, weil Kaffee ist zwar aus Bohnen, aber ich habe dieses bittere, von frischemahlenden Bohnen, habe ich so ein bisschen mit drin. Dieses cremige. Könnte man ein bisschen cremiger machen. Also, jetzt kann ich so durchbeißen. Jetzt wird es natürlich dementsprechend intensiver. Na, ich schmecke Kaffee. Mit gutem Willen ein bisschen Sahne schmeckt mal raus, ja. Aber so, aber so schon an sich ein leckeres Produkt. Schmeckt jetzt nicht so wie der Latte Macchiato aus dem Kühlregal. Aber er schmeckt ähnlich. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, dann verabschiede ich mich hier erstmal. Und wenn er, würde mich freuen, wenn er einen Daumen oben lässt. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Unboxing, Hardware-Video, keine Ahnung. Ich verabschiede mich. Ahoi. Sagt euer Odin.